Hallo zusammen, wir hoffen, ihr seid alle fit und munter. An der Stelle von unserem Hack-Coach, dem Sevi Beck, zeigen wir euch heute ein paar Übungen, die ihr gut zu Hause machen könnt. Als erstes könnt ihr so ein bisschen Ballkontroll-Sachen machen. Und zwar immer einarmig und abwachtig sein auch mal einen Polk einbauen. Jetzt probieren wir den Ball wieder aufzuhalten. Wenn das gut geht, können wir probieren, dazu absitzen und dann wieder aufzustehen. Auch am Touch vom Aufschlag kann man gut alleine zu Hause arbeiten, indem man einfach gegen eine Maratze oder eine Wand Aufschläge macht. Das kann man im Stehen oder Knie machen. Eine gute Übung, um zu Hause an der Reaktionsschnelligkeit und dem Ballkontroller zu arbeiten, ist folgende. Die Übungen sollen euch helfen, am Ball zu bleiben. Wir hoffen, dass wir alle Ballbühler können einen richtigen Volleyball und Beachvolleyball spielen. Bleiben gesund! Wenn das gut geht, können wir probieren, abzusitzen. Und wenn das gut geht, können wir probieren, abzusitzen. Du bist Arme, in der Schöne, in die Hand zu haben! Nein! Na, warte. Wir müssen uns in der Schöne.